Hi, hier ist Alex vom Team Softgarage und heute zum Thema, wie befestige ich meine Softgarage windsicher auf dem Fahrzeug. Voraussetzung für eine windsichere Abdeckung ist die Passung zum Fahrzeug. Daher könnt ihr auf unserer Webseite vom Mini bis zum SUV die passende Softgarage auswählen. Heute möchte ich euch drei Features vorstellen. Als erstes, jede Softgarage hat vorne und hinten stabile Gummizüge, damit die Softgarage passlich am Fahrzeug anliegt. Jede Softgarage ist mit einem umlaufenden Kordelzug ausgestattet, der hier auf der Fahrerseite fixiert werden kann. Wenn es mal wieder richtig windig wird, dann habt ihr noch die Radgurte. Und wie man die anbringt, das zeige ich euch jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017